Hallo und willkommen auf meinem Kanal FindVintageBeauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus, auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem E-Bail-Shop verkaufe. Heute habe ich hier ein ersteigertes Paket mit Designerschmuck. Am Ende des Videos habe ich noch einen Bonus mit Designerschmuck-Teilen, die ich diese Woche noch einzeln eingekauft habe. Also bleibt bei mir bis zum Ende. Sehr interessant. Diese Uhr hat mich sehr angesprochen. Sehr schön. Das ist eine Uhr von Ted Baker. Hinten mit der Schleife, das ist ja sein Markenzeichen. Eine ganz tolle Uhr fürs Frühjahr, wie ich finde. Toll, dieses ganz hellblaue Armband, ganz schönes weiches Leder. Das ist schon mal ein sehr schöner Fund. Dann habe ich hier Ohrstecker von Stella und Dot. mit kleinen Strasssteinchen. Auch schon fast ein bisschen Frühlingssaft. Und das sieht sehr interessant aus. Das bewahren wir uns mal bis zum Schluss auf. Und hier haben wir eine sehr große, interessante Kette mit einem Schmuckstein in einem ganz hellen Grün. Vielleicht auch eine Art Glasstein, weil er ist sehr glatt auf der Rückseite. Und dann diese orangefarbenen, transparenten Perlen sind aus Grundstoff. Sehr schöne Enden wieder mal. Und was steht hier drauf? Da muss ich mal unter die Lupe. Joan Rivers. Sehr schöner Designerschmuck. Opulent, gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir hier ein Armband. Mit Dream. Mit so einzelnen beweglichen Buchstaben. Und hier steht auch eine Kollektion drauf. Ich guck mal. BCBG Generation. Dann habe ich hier ein Armreif. Keine Marke. in Gold und emaliert in so einem Elfenbein-Farbton. Und ganz flach. Irgendwie ganz interessant. Auch schön. Ich guck mal. Oh. Hier eine sehr schöne Kette. Wir schauen erst mal von wem die ist. Hier sehe ich auch ein Label. BR könnte Banana Republic sein. Diese Kugeln hier. Wahrscheinlich aus Kunststoff, aber ich finde die sind sehr schön gemacht. Schöne Kette, ein schöner Verschluss. Ja, gefällt mir gut. Hat auch was Elegantes, sehr schön. Gucken wir mal von wem diese Kette hier ist. Hier hängt auch ein Label dran. WHBH White House Black Market. Hier diese Anhänger sind so wie so ein Schildpad mit Strasssteinen umrandet. Und das sind so Strasstropfen und das ist schön. Auf der Rückseite sind sie so braun geschliffen. Und vorne die Strasssteine. Zwei Stränge und auch so ein bisschen länger als die Kette. Ja, wahrscheinlich so. Ja, schön. Gefällt mir auch gut. Dann habe ich hier ein Armband. Hier auf dem Verschluss steht drauf Lucky Brand. Lucky Brand ist, glaube ich, so mehr eine ganz lässige Kollektion. Und diese Perlen sind aus Holz, grün und braun. Und dann ist hier noch so ein schönes Stoffteil durchgezogen. Durch diese ganz so gehämmerten Kettenglieder. Auch schön. Gefällt mir. Und dann habe ich hier eine Kette von Luisa steht hier drauf. So rot-gold Farben und auch mit Strassstein. Und das Ganze ist geflochten. Ja, sehr schön. Und jetzt wieder noch eine Kette mit dem Originaletikett. Erstmal dieses hier. Und da finde ich den Anhänger sehr, sehr schön. Sehr schön. Auf der Kante ist er mit Strasssteinen versehen. Und hier ist ein Label. Ich schau mal, von wem der ist. Hier steht drauf HLM Soho. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, hier steht es auch nochmal drauf. Eine ganz feine Schlangenkette dazu. Das ist ein tolles Teil. Das gefällt mir gut. Und dann habe ich hier. eins. Das ist jetzt schon mal. Und dann habe ich auch noch mal drauf. Vorher habe ich ja auch noch mit dem Lass checked. Und das ist auch sehr schön, auch eine längere Kette mit so glänzenden Perlen am Ende, alles außer ein bisschen rot-golden, mit einem riesengroßen Tropfenanhänger und eine eine Kollektion, gibt es hierbei nicht, aber schön vom Farbton auch, sehr schön so leicht Nudefarben. Jetzt bin ich doch sehr neugierig auf dieses Etikett hier. Das ist hier Kennesco New York, Preis steht drauf, hier oben steht drauf 38 Dollar und die Kette, jetzt noch mal ein schönes Label, sieht auch sehr neu aus. Das ist hier wie so ein, wie so ein, wie soll man das denn nennen, wie so ein Animal Print, fühlt sich auch haarig an. Und hier die eckigen Kettenglieder finde ich auch sehr schön. Schönes Teil. Schönes Teil im Animal Print. Dann ist hier eine Brosche ohne Marke, Goldfarben mit Strassstein, so ein bisschen im Art Deco Stil, ist aber keine alte oder keine so alte Brosche. Dann ist das hier eine sehr schöne Kette, die so eckig ist. Sehr schön schwer fühlt sich das an, tolle Qualität. Und hier ist noch eine Kette in dem Animal Print. Auch wieder diese Textur, sehr schön gemacht. Eine Kollektion sehe ich hier nicht. Ne, aber auch wieder mit dieser goldenen Quaste und eine sehr lange klassische Kette dran. Sehr schön. Jetzt mache ich mich mal an die kleinen Tüten. Hier ist noch meine Heißkette mit einem grünen Stein. Schön eckig, so Olivfarben. Der hat hier nochmal eine Öse. Wahrscheinlich fehlt da irgendwas dran. Schade, schade. Die Kollektion, die hier draufsteht. Die Heißkette ist von J.Crew. Schade. Der Anhänger, der ist wirklich ganz wunderschön, so ganz dunkelgrün. Irgendwas scheint hier zu fehlen. Mal schauen. Vielleicht findet ihr sicher noch ein einzelnes Teil. Das hier ist ein sehr toller Ring. Großer Cocktailring. Ich schau mal, was drin steht. Der Ring ist auch von J.Crew. Den führe ich euch mal vor. So sieht er aus. Hat auch was schönes, frühlinghaftes. Toller Ring. Gefällt mir gut. Dann sehe ich hier ganz tolle Ohrringe. In einem grau-grün. Ich sehe einen Stempel. Ja, wunderbar. Die Ohrringe sind von Swarovski. Mit dem Schwan gestempelt. Die gibt es in allen Farben. Das ist auch einer der Bestseller von Swarovski. Schöne Ohrringe. Sehr schön. Dann habe ich hier nochmal so ganz klassische, eckige Ohrringe. Da ist auch eine Marke drauf. Das ist auch die Schwanmarke. Also die sind auch von Swarovski. Der Stein ist so schwarz, schwarzbraun. Schöne Größe, finde ich. Haben diese Ohrringe. Nicht zu groß, nicht zu klein. Richtig schön. Dann gibt es hier noch ganz tolle Ohrclips. Ich gucke nochmal unter der Lupe. Die Ohrringe sind auch gestempelt mit Joan Rivers. Sehr schön. Ein bisschen passen sie auch zu diesem Orange. Schöne, elegante Designer Clips. Toller Stein. Sehr schön. Dann habe ich hier so ein kleines Tütchen. Oh, das sieht auch nach Swarovski aus. Mal schauen. Ja, ich sehe auch schon die Schwananhänger. Wunderbar. Das habe ich gar nicht erwartet. Das freut mich sehr. Das ist einmal so ein Kreisanhänger in Silber. Und hier am Ende haben wir den Schwan. Und das ist eine sehr, sehr beliebte Heißkette von Swarovski. Die kann man auch sehr, sehr gut einsetzen. Denn, das sind scheinbar hier auch nochmal zwei Ketten. Ja, das ist auch Swarovski. Oh, toll. Das gefällt mir gut. Zwei kleine Anhänger sind dran. Einmal ein grüner Stein. Und einmal so ein Anhänger mit kleinen Kristallsteinen. Und hier auch wieder der Schwan am Ende. Sehr schön. Und die dritte Heißkette. Aha, ist so eine ganz zarte Y-Kette. Mit kleinen Kristallen, die so leicht rosa oder flieder Farben aussehen. Sieht man vielleicht auf dem Film nicht so gut. Werde ich dann noch mit Fotos nachholen. Und auch wieder der Schwan ist dran. Sehr schön. Sehr schwierig, so ganz zarte Ketten zu zeigen. Dann haben wir hier scheinbar O-Ringe. Diese hier haben so einen dünnen Kreis und dann einen großen Stein als Hänger. Sehr hübsch in so einem hellen Goldton. Und in diesem ovalen Stein sind noch so kleine Goldpartikel drin. Also das sieht auch sehr schön aus. Und dann gibt es hier noch so goldfarbene O-Ringe. Ohne Marke. Aber wie ich finde auch ein sehr schönes Design. Ganz leicht sind sie und so ein durchbrochenes Muster. Sehr schön. Sehr schön. Und dann diese hier. Ich gucke noch mal unter der Lupe, ob das hier eine Marke ist. Ah, Tahari. Tahari. Tahari ist auch eine Designerkollektion, die eigentlich Bekleidung machen. Eine sehr schöne Form und dann hier innen drin ist nochmal so eine schwarze Emaille. Und dann sind diese O-Ringe hier in Bicolor, in Goldfarben und Silberfarben, so leicht gehämmert. Und hier ist auch eine Kollektion drauf. MBSF. Tja, das weiß ich leider nicht, was das zu bedeuten hat. Ja, leider sind die ja schon so ein bisschen, naja, vielleicht lässt sich das noch aufarbeiten. Das Design ist schön. Der Zustand nicht so. Dann habe ich hier sehr schöne Hängeohrringe in einem ganz zarten Gelb. Ich hoffe das sieht man. Ja, das sieht man. Ganz toll, so ganz toll geschliffen auch und die Fassung ist so auch so ganz in Wellen. Sehr schön. Schöne große Hängeohrringe. Dann hier nochmal in Tropfenform. Lange Tropfen mit Straßstein in Aurora Borealis umrandet. Ich gucke nochmal, ob ich eine Marke finde. Nein, keine Marke. Ohrringe. Dann habe ich hier auch sehr interessante Ohrringe. Schöne. Ein Engelsflügel mit einem Kreuz. Schön. Schön. Und kleine Ohrstecker. Goldfarben. So sehen Sie auch. Dann nochmal Ohrstecker. So mit Schneckenornamenten. Auch ein schöner Hängeohrring mit einem Stecker zu schließen. Schön, mag ich auch. Und das hier. Oh ja, die mag ich auch. Ich weiß, ich mag immer alles. Tut mir leid, aber es ist leider auch so. Ich finde diese Vielfalt des Modeschmucks immer toll. Hier so ganz große Kreolen mit einem Ohrstecker zu schließen. Der Farbton ist so alt Goldfarben. So. Na, jetzt zeige ich das mal. So. Und dann jetzt schauen wir nochmal in diese kleine Tüte. Das sieht doch auch nach Swarovski aus. Ja. Ein sehr schöner Armreif in Silber mit Swarovski-Steinen dekoriert. Einmal ringsum. Und hier ist das Schwan-Logo auch gestempelt. Sehr schön. Und noch mein Armreif. Den hatte ich glaube ich schon mal. Mit den kleinen in Gold. Mit den kleinen Steinchen. Hier haben wir eine Brosche. Auch von Swarovski. Sehr schön geschwungen. Mit Strass und schwarzer Emaille dekoriert. Ein Armband. Auch von Swarovski. Mit so einem schönen Lederband und einem ovalen dunklen Stein. Sehr schönes Armband. So. Ich zeige das mal so. Sehr zart und ganz schick in schwarz. Und dann haben wir hier noch. Noch eine Brosche. Wow. Die Blume ist geschliffen. Das ist also ein Kristall. Und dann der Stiel ist in Metall. Ganz schön. Schön und elegant. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Ja. Das war heute das beste Teil. Naja, ihr wisst ja wie sehr ich Swarovski mag. Also das sind natürlich wirkliche Schmuck-Highlights finde ich. Das und das. Dieses Armband ist toll. Ich finde aber auch diese Ohrclips sehr schön. Mit diesem schwarzen Muster drauf. Dann natürlich mag diese Form sehr gerne. Diese achteckige Form. Dann finde ich diese Heißkette. War sehr schön ungewöhnlich. Und ich finde, diese Animal Prints waren auch sehr schön. Die hier zum Beispiel. Jetzt zeige ich euch nochmal die Designerschmuckteile, die ich einzeln diese Woche gekauft habe. Also sehr fasziniert haben mich diese riesengroßen Ohrringe. hier. Wie Creolen. Als Clip. Von Irvin Pearl sind die. Ganz typisch. Diesmal keine Perlen. Und auch sehr, sehr schön finde ich. Sind hier gemacht. So in den Streifen mit diesem Ketten-Design. Von der Seite so oval. Also das ist wirklich, finde ich, dieser Ohrring ist ein großes Highlight. Dann habe ich diese wunderschönen Ohrringe hier gekauft. Die sind so riesengroße Knoten Ohrringe von Givenchy. Und zwar aus der Hauptkollektion. Ich weiß nicht, ob man die Marke hier so gut sehen kann. Die Hauptkollektion von Givenchy, die es seit den 80er Jahren gibt. Also das finde ich, sind auch richtige Designer Ohrringe. Dann habe ich eine wunderschöne Brosche gefunden von Miriam Haskell. Im Vintage-Design. Also hier auch mit der Plakette. Die ist Markenzeichen von ihr. Und auch auf so einem filigranen Untergrund. Mit mini kleinen Perlen und Strassstein. Tolle Brosche von Miriam Haskell. Und dann habe ich noch eine sehr, sehr schöne Perlenkette. Auch von Miriam Haskell. Das ist der klassische Verschluss. Die Perlenkette ist länger. Die kann man doppelt tragen. Und es ist eben eine sehr, sehr schöne Kollektion. Ein Klassiker für die Ewigkeit. Vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt mir ein Like. Abonniert meinen Kanal. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis bald. Bis bald! Sch mater. Puzzleob cumplshop. bespo. Schmerzen 7 cm.